Du bist nicht neu geboren, weil du Jesus Christus bekennen hast. Du bist neu geboren, weil Jesus Christus vom Toten auferstanden worden ist. Amen! Das hat er doch gesagt in 1. Petrus 1, Vers 3. Und darum, der Stand, wo du dich heute und jetzt befindest, diese Erklärung deines Gerechtigkeitssams, kann nicht zurückgebracht werden. Aber Vater, Gott kann selber das nicht wegnehmen. Könnt ihr das nehmen? Es ist etwas, was er getan hat. Und Gott kann davon nichts herausnehmen. Amen! Also du kannst aber dich entscheiden, die Vorteile davon nicht zu bekommen. Und das ist dein Recht. Halleluja! Amen! Also wenn du dann nicht bekennst, dass du gerecht bist, und wenn du auch nicht bekennst, dass du nichts brauchst zu tun, um gerecht zu sein, das ist dein Recht, so zu bleiben. Aber trotzdem bleibt Gott treu, und er sieht dich immer noch als gerecht. Aber weil du sein gerechtes Sehen nicht annimmst, kannst du die Vorteile davon auch nicht nutzen. Titus 3, Vers 4. Also Titus 3, Vers 4. Es sagt, hat er hat er uns, und zwar nicht um die Werke der Gerechtigkeitswillen, die wir getan hätten, oder sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit erretet. Also es gibt eine Hoffnung, die aus dem Leben Gottes kommt. Und diese Hoffnung ist nicht die, die die Welt bringt. Es ist eine standhafte Hoffnung. Es ist eine unveränderliche Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die kein Zeitalter hat. Es ist eine Hoffnung, die für immer fest ist. Amen. Now this hope, what is the anchor of this hope? Worauf verankert sich diese Hoffnung? What causes you, to stand on this hope unshakable? Also was bewirkt, dass du auf diese Hoffnung unveränderlich stehst? Paulus sagte dazu, er sagte dann, weil die Liebe Gottes ist auf unsere Herzen ausgegossen worden. Und zwar durch den Heiligen Geist. Er sagt, diese Hoffnung kann uns nicht zu Schande lassen. Nämlich dieses ewige Leben, das Gott uns gegeben hat, kann uns nicht zu Schande bringen. Warum? Weil der Heilige Geist hat uns die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen. No, I'm not talking about your love for God. Also ich rede hier nicht über deine Liebe für Gott. The love that God has for you. Ich rede darüber, die Liebe, die Gott für dich hat. Amen. Many people don't know. Viele Leute sind nicht darüber informiert. The love of God for you cannot separate you from him. kann dich nicht von Gott trennen. Amen. Many people are afraid. This is extreme. Yes, it is. Und darum sind viele Leute sehr, sehr ein bisschen ängstlich, wenn so etwas gesagt wird. Die Liebe Gottes, die in deinem Herz ist, kann dich nicht von Gott trennen. Let me show it. Ich muss es dir zeigen. Please turn to your Bible. Lass uns bitte nochmal lesen. Romans 8. Let's look at it. Lass uns zusammen schauen. Romans 8. Romans 8. From the verse number 38. Ab Vers 38. This is what Paul tells us that he was persuaded with. Und das sagte uns Paulus, wovon er überzeugt war. Amen. Überzeugt worden war. Let's look at it here. Lass uns nochmal lesen hier. It says for I am persuaded. Denn ich bin gewiss that neither death death is an event. Also der Tod ist doch ein Event, oder? It's something that happens. Es ist etwas, was geschieht. It says no life. Sogar auch noch Leben. Life in this world is an event. Und auch Leben in dieser Welt ist auch ein anderer Event. It says no angels weder Engel nor Prinzipalities nor Furchtentümer nor Gewalten nor things present nor things to come weder Gegenwärtiges nor Zukunftiges nor Height nor Death weder Hohes nor Tiefes nor any creature noch irgendein anderes Geschöpf shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. kann uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Amen. Look, God has apprehended us. Also Gott hat uns genommen. Amen. Aber Vater God has held you with his hand. Gott hat dich festgehalten mit seiner Hand. Because of his love. Aus seiner Liebe. So Paul is telling us that we should be persuaded that nothing can separate us from the love of God. Not even life not even death not even angels not principalities not even powers nor Fürstentümer nor Gewalten not even things present not even things to come nor Zukunftiges not height nor death weder Toren nor Tiefen. Amen. Nothing can separate us from the love of God from the love of God. So many people don't know God loves them. And many people don't know that God loves them. Many Christians don't even know many Christians don't even know So what God has apprehended us with there is nothing that can separate us. There is nothing that can separate us. Amen. So in Christ Jesus we are inseparable with God. We are unzertrennable with God. Hallelujah. Amen. You've realized that everything in this world there is one thing that whether money houses and whatever cannot remove. Also wir sehen ja im Leben hier wo wir sind alles wir können sehen es gibt eine Sache die egal ob wir Geld haben ob wir weniger Geld haben oder Häuser oder auch keine es gibt eine Sache die nicht weggenommen werden kann. Das ist die Angst. So fear is the underlying emotion denn die Angst ist diese diese treibende Kraft is the emotion behind the hope in this world und zwar die treibende Kraft hinter diese Hoffnung hier auf die sichtbaren Sachen dieser Welt. Amen. You want more money because you are afraid. Warum möchtest du mehr Geld haben weil du Angst hast vor Zukunft. Amen. Is it not true? Stimmt oder nicht? You want a spouse because you are afraid to be alone. Du möchtest einen Ehepartner haben warum weil du Angst hast allein alt zu werden. It's fear. Das ist Angst. Aber was sagt uns die Bibel is that fear in fear there is torment that in Angst gibt es nur also Zerstörung in unserem Herzen in unserer Seele aber die Liebe Gottes cast out fear bring weg diese Angst aber Vater Amen. 1 John 4 verse 18 Also die Liebe Gottes treibt weg diese Angst 1 Johannes 4 verse 14 Also es geht nicht um deine Liebe für Gott Es geht um die Liebe die unveränderliche Liebe Gottes für dich Amen. That is the foundation on the hope Das ist der Grundzug der Hoffnung und zwar diese ewigliche Hoffnung Amen. Und diese Liebe Gottes für dich treibt weg die Angst Amen. Aber Vater Halleluja Thank you Lord Danke Herr because we love him and why we him lieben because he first loved us Warum lieben wir ihn weil er uns zuerst geliebt hat 1 John 4 19 Das ist 1 Johannes 4 19 Now if faith also wenn Glaube walks by love durch Liebe wandelt wird das bedeutet we believe him that we him glauben because he first believed us Warum weil er uns erst mal geglaubt hat wir wandeln für ihn weil er zuerst für uns gewandelt ist Amen Religion hat das Gegenteil gemacht du gehst vorne und Gott kommt ich mache etwas damit ich dann gerecht bin werde und Gott sagt aber nein ich habe schon etwas getan damit du gerecht bist und weil du gerecht bist kannst du jetzt was auch immer tun aus dieser Gewissheit ich habe gekämpft ich habe überwunden damit du heute auch ein Überwinder wirst und dann sagst du nein ich muss kämpfen um nochmal zu überwinden Amen 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 Religion also die Religion hat das einfach zum Durcheinander gebracht Amen Wir lieben ihn weil er uns zuerst geliebt hat also du sollst wissen du kannst Gott nicht genug lieben Amen Du kannst nur auf seine Liebe zu dir antworten und wenn du nicht bewusst bist von seiner Liebe zu dir wie kannst du ihn lieben Amen Aber Vater und deshalb sie nicht verstehen die Demonstration Gottes Liebe in seiner Tod und Resurrection wenn du über die Tod Jesus die Cross Jesus sie wollen das es gibt Leute die denken sie lieben Gott und sie lieben Gott so sehr und sie bringen dann andere Menschen zum Einschüchterung und solche Menschen wissen nicht mal was die Liebe Gottes ist denn sie haben noch nicht verstanden was der Tod die Auferstehung das Begrämmnis die Auferstehung Jesus kriegt sie wofür das alles stand also das ist nur eine Einschüchterung wo du denkst einfach oh Gott die Art und Weise wie sie Gott lieben ich kann nicht mal mit Gott anfangen ich muss einfach nur warten ich habe noch nicht so ein Herz für Gott aber ich sage die Liebe Gottes wurde bewiesen und zwar in dem Tod Jesus Christus wer auch immer diese verneint wer auch immer nicht sehen möchte was Gott getan hat in dem Jesus Christus geworden ist das was du warst das ist die Barmherzigkeit Gottes damit du heute damit wir heute das werden oder das sind wer er ist das ist die Liebe Gottes und wenn du das sehen kannst dann kannst du darauf antworten denn du weißt dass es nichts gibt was dich von Gott trennen kann aber Vater Amen